Also ich zeig dir ehrlich, ich nehm rot. Ich nehm blau. Boah, wir haben unser eigenes Stadion hier, ne? Das ist Fußball. Also pass auf, wenn du mich besiegst, 500 Euro subs, okay? Wenn du mich besiegst. Okay, du musst blau. Bist du schon drinne? Ja, ich bin drinne. Warte, warte. Ich bin auch drinne. Nee, 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 soll man jetzt durchziehen? Nee, nee, geh mal rein, geh mal rein. Und dann stell dich vorm Stadion hin. Wir müssen erst mal Stadion kaufen. Okay, erst mal Stadion. Zack, haben wir. Hast du? Okay, dann geht's los. Jetzt geht's los, dann geht's los. Es geht los. Jetzt geht's los, Bro. Jetzt geht's los, jetzt geht's los. Oh mein Gott, Stadion macht Kohle. Stadion macht hier Geld. Bei mir sind schon Fans im Stadion. Okay, vorbei bei dir. Bro, bei mir ist Messi gerade. Bro, ich bin noch gerade hier dran. Ich habe einen Fan, ich habe einen Fan. Boah. Wo sind die Fans? Hä, wie geil ist das? Ich mach gerade schon ein paar Tore hier. Ja, wirklich? Bro. Ich mach auch. Ey, du kriegst Geld für Tore. Wie geil ist das? Ja, ich hab schon 20 Dollar. Was? Oh Gott, das wäre ja nicht. Okay, okay, ich verliere, Leute. Ich verliere. Alter, mein Torwart hält alles. Das ist halt das Ding. Ich gucke, ob man hier noch was anderes machen kann. Achso, ich kann ihm sogar einen Spieler kaufen. Okay. Oh, was? Ey, okay. Jo, ich kann hier einen Spieler kaufen. Ich kann ihn doch gar nicht kaufen. Ey, ich muss erst Tore machen. Ich muss erst Tore machen hier. Ich brauche ja meinen Spieler hier. Ich bin doch noch dabei. Ich sag dir aber ehrlich, ich habe den krasses Torwart überhaupt. Ey, wie viel Geld hast du schon? Äh, ich habe jetzt gerade 150. Was? 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 Ich mache irgendwas falsch, Leute. Ich mache irgendwas falsch. Nein, nein, ich habe nicht 150. Okay, ich wollte gerade sagen. Ich habe 50 jetzt gerade. Aber ich kaufe mir jetzt den Spieler. Ja, ich glaube, einer bringt jetzt schon Geld. Achso, ich verstehe, Bro. Ich verstehe, Bro. Du musst dir auf jeden Fall Spieler kaufen. Ja, ja. Die Spieler machen dann wahrscheinlich automatisch Geld. Ja, ja, ja. Okay, okay, okay. Ich checke es, Leute. Ich checke es, ich checke es, ich checke es. Oh Gott. Ich glaube, ich bin hinten, Leute. Ein neuer Spieler ist auch sehr teuer. Was ist hier bei Flutlight? Was ist da? Achso, Lichter. Ich kriege jetzt auf einmal mehr Geld. Hä? Ich kriege auf einmal mehr jetzt Geld. Geil. Wie hast du das denn gemacht? Ich habe keine Ahnung. Ich bekomme jetzt hier, okay. Hä? Ich bekomme 10. Ich glaube hier, weil ich... Hä? Okay, jetzt. Boah, ich versuche jetzt hier noch, mir noch einen Spieler zu besorgen. Juh, meine Spieler sind jetzt, äh, gehen viral gerade. Äh, hallo? Mehr, 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 ich kann ja nicht noch. Wie viel Geld hast du schon? Äh, ich habe 46 Dollar. So, jetzt. Oh, Bro, wird schwierig. Juh, ich mache jetzt pro... Ich mache aber jetzt pro Schuss, mache ich richtig Kohle gerade, ne? Wie viel machst du pro Schuss? Sag ich nicht. 14 Dollar gerade. Boah, okay, das ist viel. 14 Dollar gerade. Oh Gott. Warte mal. Ich muss mal hier, äh, zack, okay. Jetzt ist eh over. Jetzt... Ich mache jetzt 180 Dollar. Okay, vorbei. Mein Geld geht so schnell gerade nach oben. Ach, du heilige Makrele, wer hat dir das denn jetzt gemacht? Oh Gott. Claim. Oh, was ist das hier? Oh Gott, Leute. Ich mache jetzt auch ein bisschen mehr Cash. Oh mein Gott. Aber noch nicht so viel. Okay, okay. Ich sage dir ehrlich, vorbei. Ich habe verloren, sagst du? Guck mal, du hast schon... Ah, guck mal, man sieht sogar, wie viele Tore du hast. Guck mal, ich habe 8, 19 Tore. Du hast 25 Tore schon. Hier. Boah. Boah. Boah, du mal, der Dings, der geht auch gut ab, Alter. Aber ey, was macht der, was macht hier der, äh... Junge, der hält bei mir alles. Was ist das denn? Junge. Ehrlich jetzt? Bei mir noch gar keinen einzigen Schuss, den er gehalten hat. Junge, der hält gerade alles bei mir. Ich sage dir ehrlich, der hält gerade alles bei mir. Wie viel machst du gerade pro Schuss? Äh, 34. 34. Also bei mir hat der gerade alles gehalten. 34 pro Schuss, okay, du bist halt... Oh, du bist gleich Erster. Ich muss jetzt hier erstmal Taktik wechseln, Leute. Hier ein bisschen... Guck mal, hier um die Kurve ein bisschen schießen. Und jetzt wieder in der Mitte. Ja, ja. Ich kaufe jetzt gleich, glaube ich, schon direkt den nächsten... Ähm, äh... Nein, 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 du kannst nicht direkt auf den nächsten Spieler gehen. Sagst du, soll ich dich machen? Äh, nee, nee, du musst das Geld woanders investieren. Ich sage dir ehrlich... Junge, du hast 48 Tore! Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin einfach ein Naturtalent, glaube ich. Junge, wo hast du die Tore her? Ich weiß auch nicht, Bro. Keine Ahnung, Mann. 52 Tore hat der. Wie viele 53 Tore? Du bist auf einmal auf eins. Du bist hochgeschossen. Zum ersten Mal hat der jetzt bei mir gehalten. Laber nicht. Ja, ehrlich jetzt. Das kann doch nicht wahr sein. Was machst du da? Welches Tor schießt? Schießt du immer ins Leiche? Ich schieße immer ins Pinke. Bro, der hält bei mir alles im Pinken. Was? Was ist das denn? Das geht irgendwie immer rein. So, so. Jetzt habe ich aber Game Changer, Leute. Jetzt habe ich aber Game Changer hier. Boom. Okay, okay. Du musst den Torwart immer ein bisschen austricksen. Oh mein Gott. Okay. Okay. Ich habe hier... Oh mein Gott. Ah! Du ekliger. Was denn? Ich glaube, du hast einen automatischen Torschießer. Kann das sein? Nein, nein. Ich mache das alleine. Wie? Du machst das alleine? Gibt es einen automatischen Torschießer? Ja, es gibt einen automatischen Torschießer. Bro, da musst du aber so gut sein wie ich. Den muss ich dann aber jetzt auch erstmal... Guck mal, jetzt hole ich dich ein. Jetzt hole ich dich ein. Jetzt ist eh over. Jetzt ist over für dich. Oh nein. Ich habe einen Striker geholt. Ach so. Das ist vorbei. Jetzt ist vorbei. Sag dir ehrlich, das ist over für dich. Das ist hier... Hast du einen Striker schon gekauft? Oh nein, Bro. Das ist nicht gut. Okay. Jetzt, Bro. Ich mache gerade so viel Kohle. Oh nein. Ja, du bist gerade noch auf dem vierten Platz, ne? Ja, aber das ist egal. Glaub mir, das ist egal. Das ist egal. Okay, okay, okay. Oh, aber hä, warum... Kann man hier auch Tore schießen? Hä? Oder meine Hälfte hat einfach alles. Ich sage ehrlich. Oh mein Gott. Meine Hälfte ist alles. Aber man macht immer mehr Cash, ne? Ich frage mich, was du da gerade machst. Ich glaube, du erzählst mir Müll. Du hast hier irgendwelche Taktiken am Start. Ja, ich weiß auch nicht, was ich hier gerade... Ich sage dir ehrlich, du hast da sehr, sehr krasse Taktiken am Start. Das scheint einigermaßen zu funktionieren. Weil du machst so viele Tore. Junge, der hält schon wieder alles bei mir, Leute. Aber ist egal. Wir machen hier doppelte Dings hier. Und jetzt kommen die Tore. Jetzt fliegen die Tore. Ich habe hier Informationen bekommen. Du hast schon den automatischen. Habe ich schon den automatischen? Ja, ja, ja. Aha. Den habe ich doch noch gar nicht. Aha. Ey, hä? Ich schieße schon wieder Dings. So, rein da, rein da, rein da. Ich mache so viel Geld gerade. Ich mache so viel Geld gerade. Jetzt ist over. Okay, jetzt ist over. Boah, Bro. Jetzt mache ich aber auch den Cash, Alter. Ohne was zu machen. Aber ich ziehe trotzdem noch ein bisschen mit. Boah, wie viel machst du pro Tor? Äh, ja, ich glaube, du machst ein bisschen mehr. Ich mache jetzt pro Tor 85. Oha, ist aber trotzdem auch schon gut. 87. Aber ich treffe auch noch nicht alles. Aber, Leute, ich glaube, wir müssen... Oh Gott, oh Gott. Das wird er gleich nicht checken. Das wird er gleich nicht checken. Und das ist unser Geheimtakt gleich. Wenn ich gleich hier den Ball treffe. Okay, drinnen, drinnen, drinnen. Oder. Ja, aber der Vorsprung wird jetzt nicht größer. Sagen wir es mal so. Ja, wir gucken mal. Warte mal, wie viele du hast. Oh, der Vorsprung. Warte mal, ich muss noch mal ein bisschen... Ein paar Tore muss ich jetzt noch mal, glaube ich, händisch machen. Und dann können das gleich meine Jungs. Hoffentlich. Ey, du hast... Aber die hält die gerade auch bei mir gut, ja. Also bei mir hält die gerade auch sehr, sehr gut. Ich schieße immer daneben. Was ist das denn? Okay. 103. Ich brauche noch zwei Tore. Wie viel Geld hast du? Okay, du machst auf jeden Fall mehr Tore wie ich. Ich habe 5000. Boah, Junge. Was? Woher? 5000. Hast du nicht so viel? Was laberst du? Kann man hier auch einen Kredit oder so nehmen? Nee. Guck mal, du redest, wie viel Geld hast du? Selber ehrlich. Jetzt gerade? Ja? 13.000 habe ich jetzt. Was redest du, Junge? Guck mal. Nein, jetzt ehrlich. Er hat so viel und sagt hier, äh, äh, Dings hier. Ja, ich glaube, das ist nicht so. Dieses Striker-Ding ist gut. Aber ich muss ihn jetzt mal einholen. Ich muss jetzt hier mal auf Serious ein bisschen gehen. Hast du schon hier, ähm, äh, dein Stadion irgendwie geupgradet oder sowas? Naja, safe, 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 safe. Bro, mein Stadion ist schon fast fällig. Wir machen immer, wer den Tycoon zuerst, äh, fertig gebaut hat, ne? Okay, 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 okay. Okay, jetzt mach ich hier. Jetzt guck mal. Guck mal, wie ich dich gerade mit Toren einhole. Oh, ja, der Moneymaker ist am Start, Bro. Der Moneymaker ist am Start. Junge, ich mach jetzt so eine Flanken, der weiß gar nicht mehr, was passiert mit ihm. Oh, ich glaub, du wirst mich jetzt einholen. Oh, der weiß nicht mehr, was passiert mit ihm. Das ist sehr gut. Boah, bei mir hält der jetzt alles wieder. Ich hab 18.000 Dollar jetzt schon. 19.000 Dollar. Was sagst du dazu, Statement? Du machst ja schneller Geld wie ich. Wen hast denn du da eingestellt? Das ist doch, du hast den Schiri irgendwie keinen Namen. Oh, oh, du bist du doch, äh, Dings, 14 Vorsprung. Oh, das sieht nicht gut aus. Okay, jetzt, jetzt, oh, Aufholjagd, Leute. Jetzt Aufholjagd. Oh. Ich glaub, ich muss noch mal ein bisschen hier nachhelfen. Ja, das Problem ist, du konzentrierst dich nur auf Tore schießen. Und das wird dir, das wird dir dein Verhängnis sein, Bro. Hm, glaub ich auch. Oh. Achso, du hast einen, du hast einen Untertan, der für dich die Tore schießt, oder wie? Ja, ich hab mehrere, ich hab mehrere. Ich hab mehrere. Ich hab aber jetzt hier... Wie viele hast du? Du hast zehn Tore mehr wie ich. Ja, aber wie viele Untertan hast du, die für dich die Arbeit machen? Kann ich dir nicht sagen. Ich sag nur, dass ich grad... Ich hab jetzt 30.000, sagen wir es mal so. Geschäftsfeindes. Ich mach grad Big Business. Also ich mach grad wirklich Big Business Moves hier. Und guck mal, ich hol dich jetzt auch langsam mit den Toren ein. Boah, ich seh schon... Sechs Tore nur noch im Vorsprung. Du hast dich zu doll auf Tore schießen versteift. Du musst... Du musst für deine Fans da sein. Für das Stadion. Stadion. Mehr sag ich dazu nicht. Ein paar mehr Leute ranholen, ne? Ein paar mehr Leute, ein paar mehr Fußballspieler. Gute Angebote machen, wie ein Manager. So, nur noch fünf Tore gleich. Oh mein Gott, das sieht nicht gut aus. Fünf Tore nur noch. Oh Gott. Ich mach aber hier grad auch... Ich mach aber auch hier grad Big Money Plays. Du bist dabei, Junge. Du bist gut dabei. Ich mach Big Money Plays hier. Und so, jetzt... Oh Gott. Guck mal hier, Ice Striker. Wie viele Fußballspiele hast du jetzt schon? Zu viele. Ich sag dir ehrlich, zu viele. Oh, ich hab zu viele. Oh mein Gott, no way. Das sieht nicht gut aus für dich. Jetzt geh ich auf, jetzt geh ich auf alles. Ich schulde dich jetzt ein. Da bin ich vorbeigezogen. Da bin ich vorbeigezogen. Da bin ich leider vorbeigezogen. Blech für mich auf jeden Fall. Das ist schlecht, aber... Ja, das ist halt... Oh, oh, oh. Das ist nicht gut. Das ist... Bro, mein Geld geht auch richtig hoch gerade. Boah, ich seh gerade, ja. Oh, okay. Hier, hier das Updrain. Was machst du eigentlich noch? Bist du immer noch Manager oder schießt du immer noch Tore? Wichtig, Leute. Richtig, richtig, richtig. Ich hoffe, das bringt was. Okay, Bro. Ja, ich kann nicht drüber reden. Oh mein Gott. Ich glaub, das müssen wir uns holen. Das könnte Game Changer sein. So, ich hab jetzt auf jeden Fall erstmal meine Tore. Upgraded, dass die auch ein bisschen besser aussehen. Wichtig, wichtig. Aber das ist alles auch für den Torwart, weißt du? Dass die Tore einfacher reingehen. Ah, ich versteh schon, ja. Ich mach jetzt gerade pro Schuss 236 Geld. Ich bin Erster! Oh mein Gott, Bro. Was sagst du dazu? Da ist der Tycoon-Meister, ne? Das, das, guck mal, das ist das Ding. Die Leute, ich hab zuerst so ein bisschen geblufft. Die Leute sollten so sehen, ey, okay, du hast vielleicht ne Chance. Aber da hab ich's zurückgeschlagen. Wie ein Löwe. Ja, ich glaub, du, boah, oder wie viel... Boah, du hast jetzt grad echt dicke Punkte, Junge. Ich glaub, das war's mit mir. Ich sag, wie es ist. Ich glaub, das wird echt schwierig hier. Ja, also Reason und Dennis, wir können einfach... Vielleicht kann ich das dann doch nochmal klären. Ich guck mal. Da musst du... Oh, du sind jetzt grad vierter Platz. Okay. Wir machen grad ein paar Upgrades hier, wichtig. Hier auch nochmal. Oh Gott, Messi ist jetzt bei mir im Team. Messi, Bro. Okay, das ist vorbei jetzt. Das muss ich jetzt leider sagen. Messi ist jetzt bei mir im... Ich hab neue Fußballschuhe auch hier, neue epische Fußballschuhe. Sehr gut. Ich hab jetzt auch ein paar Sachen jetzt nochmal mir ein bisschen korrigiert. Vielleicht kommt da jetzt ein bisschen mehr rein. Okay, ich brauch noch... Ich brauch leider das hier, Freunde. Ich brauch unbedingt das hier. Ich brauch noch hier für den Kreis. Deswegen, wir müssen nochmal in den Grind reingehen. Wir müssen nochmal in den Toregrind reingehen. Wie viel machst du pro Schuss? Ich kann's dir nicht sagen. Soll ich's dir sagen? 200, äh, 290. Oh mein Gott, Bro, was? 293 Kohle. Das war's. Ich hab ein Fußballteam hinter mir. Eine Mannschaft. Der erste SV, äh, Skill. Nein, nicht die Mannschaft. Ich hab auch schon ein paar Leute, die für mich hier die... die Arbeit erledigen, aber... So, jetzt... Jetzt werde ich auf dicke Upgrades gehen. Jetzt geh ich auf dicke Upgrades. Jetzt geh ich auf dicke Upgrades. Und zwar, ich werde... mein Stadion upgraden, Bro. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hast du auch schon so Fußballschuhe? Ja, klar. Oha. Du glaubst grad gar nicht, was bei meinem Stadion los ist hier. Flutlichter habe ich alles. Flutlichter... Oh mein Gott, ich seh das da hinten. Oh mein Gott. Guck mal, wie das alles aussieht hier. Junge. Wie viele Trophäen hast du schon? Trophäen? Man nennt, äh, äh, Uli Hoeneß nennt man mich. So viel Trophäen. Oh mein Gott. Hier, Trophäen, alles sagt der andere. Goldtrophäen, alles. Grandmaster hier. Ich hab jetzt hier, bei mir, im Stadion gibt's jetzt einfach Holzstühle schon. Für die Leute. Ach du heilige Makare. Aus Marmor, Bro. Bei mir ist aus Marmor jetzt mittlerweile schon. Alter. Ich komm gar nicht mehr hinterher. Ich glaub, du machst jetzt inzwischen so viel Geld, dass du nicht mehr weißt, was du upgraden sollst. Ich mach so viel Geld, ich kann alles upgraden. So, hier Flutlichter nochmal. Zack. Oh, da fehlt noch ein bisschen was. Okay. So, jetzt werden wir hier nochmal die Tore upgraden. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was ein geiles Upgrade. Die Frage, die ich mir nur stelle. Ob, was das hier bringt. So, nee. Das können wir doch upgraden. Ob das auch mehr Geld pro Sekunde bringt. Wenn ich hier upgrade, weißt du, das frage ich mich die ganze Zeit. Ja. Boah, ich muss aber noch ein paar Spieler hier auf jeden Fall kaufen, weil so ganz belegt bin ich hier dann doch noch nicht. Ich glaub, deswegen machst du auch das dann. Ja, vielleicht deswegen. So. Oh, 361 pro Tor. Oh mein Gott. Ich bin bei 300 jetzt gerade erst. Das sieht. Ja, du bist aber auch, guck mal, du bist 67 Tore im Hintergrund. Und du hast dich nämlich, lass mich raten, was du gemacht hast, du hast zu wenig Spieler gekauft. Obwohl du die schon kaufen konntest. Ja, ja, ja. Und die Spieler, die bringen ja immer richtig viel Geld rein, ne? Das ist so, ja, Spieler bringen viel Geld rein. Ich muss jetzt hier auch nochmal auf Tore gehen, weil ich werde jetzt gleich Cristiano Ronaldo verpflichten bei mir. Oh mein Gott. Also Messi muss ich dann natürlich nehmen, ist ja klar. Boah, 389. Aber ich sag dir ehrlich, ich werde jetzt kurz mal zu Hause upgraden. Ja, ich glaube, ich werde jetzt aber langsam wieder aufholen, habe ich irgendwie im Gefühl. Ich weiß auch nicht, warum. Oh, oh, was ist das denn hier, Leute? Komm jetzt auf hier rum. Könnte sein, muss nicht passieren. Bro, das Ding ist, ich frage mich halt. Oh, 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 oh. Kannst du dir nicht vielleicht einmal die Zeit nehmen und so mal kurz eine Runde chillen und sich mein Stadion angucken kommst? Ja, du, ich mache hier gerade mein... Guck mal, ich baue jetzt gerade ein Gym sogar bei mir rein schon. Ach, du heilige Makrele. Yo, ich trainiere hier gerade auf meinem Gym. Ich habe hier sogar jetzt ein Laufband alles drin, ne? Ach. Hast du auch schon ein Dach bei deinem Stadion? Nee, das ist noch nicht. Guck mal, das Ding ist, ich habe sogar schon Villa ausgebaut. Dass die Dings sich gut fühlen, die Spieler, weißt du? Ja. Hast du schon Pflichter? Pflicht, ich habe alles. Ich komme mal gleich mit dir vorbei, ich muss hier noch eins machen. Zeit hast du dann, ne? Ja, ich sage, ich nehme mir gleich auch mal die Zeit, mir auch mal fremde Stadien anzugucken. Ich glaube, ich auch gleich, aber bei mir dauert das noch ein bisschen. Ich sage mal so in 10 Minuten. 10 Minuten, ey, ich komme gleich mal, ich habe ja ein Jetpack schon, weißt du, da komme ich mit dem Jetpack rübergezogen. Ach, du hast noch keinen Jetpack? Nein, ich habe noch keinen Jetpack. Oh, oh, okay. Wie sieht der die momentan? Wie sieht man vertraglich aus, Geld? Zu viel. Ich habe gerade 50.000 auf der hohen Kante. Sagen wir es mal so. Okay, da bin ich auch, aber ich muss auch noch ein paar Sachen bezahlen. Ja, die Frage ist nur, guck mal, die anderen gehen auch alle so ein bisschen auf Tore. Ich hoffe, ob denen das nachher nicht das Genick bricht, nur auf Tore zu gehen. Aber ich bin gespannt. So, noch ein Tor. Super, jetzt habe ich alle Tore, die ich brauchte. Zack. Und jetzt können wir nämlich noch... Oh, 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 okay, bei mir ist es vorbei. Ich sage dir ehrlich, bei mir ist es krass. Ich werde mir jetzt gleich auch noch einen Goalkeeper kaufen. Junge, du glaubst gar nicht, ich habe jetzt hier richtige Fans schon. Richtig im Stadion drinne. Im Stadion, richtige Fans. Die gucken schon zu. Die gucken zu. Die gucken richtig zu. Die haben Bock, die haben auch, ja, die supporten. So, ich upgrade gleich das Stadion noch. Guck mal gleich einmal auf mein Stadion kurz. Zwei Sekunden. Warte mal. So, und jetzt, warte. Ah, ja. Yo. Yo. Okay, mein Stadion sieht krass aus. Mein Stadion... Ich komme da gleich rüber, weil ich... Boah, du hast aber schon 50 Dings jetzt mehr wie ich, ne? Mein Stadion sieht wirklich krass aus. Also, das sieht so heftig aus. Ja, aber die schießen auch alle bei mir wirklich gut rein. Ja, bei mir gerade nicht so übertrieben krass. Die machen ja auch irgendwelche Stunts oder sowas. Habe ich gar nicht gesagt, dass sie das dürfen, aber die machen es trotzdem. Die Frage, die ich mir halt stelle... Ob es gleich noch eine andere Möglichkeit gibt, Geld zu verdienen. Also, ob man noch mehr Spieler einstellen kann. Oder ob es das war. Das ist halt... Das könnte dann halt für dich auch nochmal gut sein. Ja, ich glaube, das war es dann. Aber wir werden dann sehen. Ne, ich glaube, wenn man alle Spiele eingestellt hat, dann... Ja, aber vielleicht gibt es ja gleich noch so Premium, so Superstar-Spieler. Ja, das kann sein, ja. Die dann kommen, weil Team ist jetzt bei mir auch voll. Oha! Aber ich brauche für den einen 900 Tore, um das nächste Schade abzubraden. Das ist halt auch das Ding. Okay, du bist schon echt weit, Bro. Hast du auch schon so richtige Flutlichter und sowas? Alles, alles drinne. Alles drinne. Ich habe hier sogar schon... Warte mal, wie toll das ist. Oh, ja, stimmt, danke. Musste ich noch upgraden. Ich habe schon so große Flutlichter jetzt. Ja, 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 ja. Oh, mein Gott. Bei mir kommt aber langsam auch hier Stimmung auf, würde ich mal sagen. So langsam tut sich hier was. Hast du schon alle Schuhe gekauft, die es gibt? Oder fehlt dir noch ein paar? Ich habe die schon... Die Glasschuhe habe ich auch schon, ne? Die Glasschuhe? Ja, die sind aus Glas. Warte mal. Ah, die habe ich auch, ja. Oh, mein Gott. Die sehen krass aus. Das sind einfach die von hier. Diese eine hier. Die hat doch Dings hier. Die eine, die das verloren hat, ihre Schuhe. Wie heißt die? Haselnuss. Haselnuss irgendwie. Ja, genau, genau, genau. Okay, Bro. Oh, das sieht nicht gut aus. Ich bin zwar noch... Ja, so langsam, würde ich sagen, sind es immer noch ein paar Punkte. Wie viel machst du noch pro Schuss hier? Ja, zu viel. Ich will es dir nicht sagen. Bist du da bei über 600? Nee. Über 700 oder was? Nee. Ich mache 585 jetzt in. Ich bin über 600 jetzt. Was? Pro Schuss? Ja, ja. Laber. Wie kommt das denn jetzt? Nein, ich bin bei 524. Ja, ich muss... Die Leute sagen, ich soll Sponsor holen. Ich werde jetzt auch eine Sponsor upgraden. Sponsoren? Ja, ja, ja. Weil Sponsoren bringen auch nochmal extra Geld. Sehr gut. Ah. Sponsoren. Hier auch nochmal. Oh, ja. Sponsoren brauchen wir auch. Ich sage euch ehrlich, hier nochmal schön zwei Sponsoren geholt. Die können mich auch nochmal finanziell ein bisschen unterstützen. Seit wann bezahlt man denn bitte für Sponsoren? Das verstehe ich aber nicht. Ich muss für Sponsoren bezahlen. Äh, ja, ja. Wir müssen für Sponsoren... Das verstehe ich eigentlich auch nicht. So, ich habe jetzt schon den goldenen Fußball, die goldenen Trophäe. Easy. Ach, die goldenen Schuhe hast du auch schon, oder wie? Ich habe schon den goldenen Ball sogar. Ach, du heilige Makrede. Okay. Oh, okay. Oh Gott, wenn du wüsstest, wie teuer das auch wird. Junge, das wird so teuer noch. Okay, die übertreiben. Die übertreiben, Bro. Wie soll man... Wie soll man das machen? Ey, du holst mich aber gerade gut ein, ne? Ja, ich habe jetzt irgendwie hier einen goldenen Ball irgendwie zum Spielen. Wie einen goldenen Ball. Also, den benutze ich zwar nicht, ne? Aber hier, ich habe hier auch einen stehen jetzt. Ah, ich checke jetzt, wie viel Geld man macht. Man macht genauso viel Geld, so viele Tore, wie du hast. Logisch. Ja, okay. Ah, okay. Check, man. Yo. Boah, Alter, guck mal, er, der Dolly Reason. Ja, er hat 700. Ja, aber der wird die ganze Zeit auf Tore schwitzen. Der wird nur, der wird noch nichts ausgebaut haben. Ja, ja, das kann sein. Der wird nur auf Tore schwitzen. Das kann sein. Aber das wird ihm später nichts bringen. Richtig, ich glaube auch. Im späteren Verlauf, wenn ich das Stadion zuerst ausgebaut habe. Vorbei. Und so, aber die sind echt teuer. Die kosten 240.000. Ich mache gerade die Tribünen fertig. Seid ich ehrlich. Oh. Yo. Bei mir geht es richtig ab. Vorbei. Boah, Junge, der hat schon alles da stehen. Holy macaroni. Guckst du gerade bei mir, oder was? Ja, ich sehe es von hier aus schon. Deswegen, weil das so groß ist. Junge, was hast du denn da... Bro, du hast ja da ein Polner Sparspiel... Ist das dein Ernster mit dem Stadion? Ja, ich weiß auch nicht. Warte mal, ich komme mal rüber jetzt hier zu dir. Junge, das kannst du doch nicht ernst meinen. Vielleicht tue ich ja nur so, als wenn ich noch nicht... Ach, du Scheiße. Junge. Hä, du hast echt schon Rocket. Junge, das ist ja hier absolut Dings hier. Kannst du ja auch mal ein paar Tore bei mir schießen. Nee. Ey, ich sage dir ehrlich, das ist hier Kreisliga noch was raus. Das wird schwierig, ne? Das ist Kreisliga. Also, da musst du dich wirklich anstrengen. Anstrengen hier. Aber ich weiß auch gar nicht, wie viel Geld machst du gerade für die Sekunde? Siehst du das? Ähm, ich bin da jetzt gerade bei... Moment. Ja, 641. Pro Sekunde. Achso, ja, pro Schuss meinst du, pro Schuss. Ja, ja, genau. Aber ich mache ja schon mehr pro Sekunde. Ja, ich rüste jetzt ein bisschen mein Stadion noch auf. Ich habe auch gerade... Ja, ja, ja. Du hast Gespräche gerade mit neuen Spielern oder was? Ja, ja, genau richtig, ja. Das ist crazy. So, mein Stadion sieht jetzt auch ein bisschen besser aus. Ja, mein Stadion ist... Achso, ich brauche einen weißen Boden, ne? Was sagst du? Hast du so einen weißen Boden oder bist du da schon vorbei? Ja, weißer Boden, alles dabei, alles dabei. Boah, die Marmor, die Stars. Ich brauche hier schon Sachen. Ich brauche hier um die teuer... Oh, ich habe einen Rainbow-Fußball. Oh mein Gott. Vorbei, Rainbow-Fußball. Okay, das brauche ich noch. Sponsoren geben mehr Geld, glaube ich, dann auch noch, oder? Ich weiß nicht, ob die mehr Geld geben. Der Chat, weiß der Chat, ob die Sponsoren mehr Geld geben oder bringen die gar keine Kohle? Das könnte halt aber sein, dass die halt passiv pro Sekunde nochmal Geld bringen. Das könnte echt sein. Ich bin mir mal nicht sicher. Also manche schreiben ja. Da muss ich mir die nächsten Sponsoren ganz schnell ranholen. Also bei mir hat sich jetzt auf jeden Fall was getan, was mein Stadion angeht. Ja, ich mache jetzt hier auch Fallrücks hier mittlerweile ins Tor, ich sage dir ehrlich. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh Gott, ich mache so Fallrücks hier ins Tor. Ja, vorbei. Gut, Sponsoren. Ich denke mal, ich bin vielleicht nicht von den Toren am weitesten vorne, aber ich glaube, ich bin der reichste Spieler. Und das ist halt... Wie viel Geld hast du denn? Ich habe jetzt aktuell euch 120.000, aber ich glaube, ich habe mein Tycoon ist wirklich so am besten eigentlich ausgerüstet. Ja, ich glaube, ich hole jetzt auch so langsam auf. Ja, ich bin hier gerade wieder am Tore schießen. Ich bin hier gerade wieder... Ja, ich bin auch dabei. Tore machen. Und ich werde mir gleich den teuersten Sponsor holen. Das würde halt sehr übel für dich werden. Der kostet 240.000. Boah, ich hole mir gleich einen für 960 Tore. Ich glaube, so die Sponsoren, die Geld kosten, ich glaube, die habe ich sogar schon alle. Was? Ja. Ehrlich jetzt? Auch den ganz hinten, oder was? Äh, ja. Da kostet einer 240.000 bei mir. Ja, den habe ich schon, ja. Okay, strong. Das ist strong. Das ist strong. Jetzt könntest du sogar vielleicht ein bisschen mehr Geld machen wie ich, aber... Ja, ich koche jetzt die Tore. Das ist halt so die Sache, weißt du? Ja, aber ich mache hier gerade 817 pro Tor. Okay, jetzt ist es vorbei. Jetzt hole ich mir den letzten Sponsor hier. Das ist Real Madrid, sponsert jetzt meinen Verein. Real Madrid ist drin bei mir. Bro. 960 kostet der. Ja, Real Madrid ist bei mir gerade drin. Oh Gott. Als nächstes hole ich Dings hier. Wo spielt Ronaldo als Sponsor? Ich schaue mir Dubai als Sponsor einfach. Boah, Junge. Dann ist es vorbei. Junge, dann ist es vorbei. Ey, weißt du, was ich gelesen habe? Was denn? Wenn du in Dubai dritte Liga... Al Nassar, ja stimmt. Wenn du in Dubai dritte Liga spielst, weißt du, was du da an Kohle kriegst? Boah, das ist bestimmt erste Liga zehnmal so viel wie erste Liga. Bro, du kriegst dritte Liga 200.000 pro Jahr. Boah, Junge, Alter. Ein Kollege von mir spielt sogar in den dritten beim MSV. Ich kenne sogar einen Kollegen, Leute. Der ist Pilot. Und der hat einfach... Der wurde von Katar gekauft. Katar hat gesagt, ey, du bist ein guter Pilot. Wir wollen dich haben als... Und der ist jetzt nach Katar gezogen, Bro. Der verdient da... Boah, Junge. Junge, weißt du, was der da an Kohle verdient? Vorbei. Er ist echt heftig. Die Öl-Scheiße, die Kerner komplett anders. Ja, die haben einfach gesagt, ey, du sollst hier nur noch für uns fliegen. Äh, Bro, komm nach Katar. Wir holen dir Haus. Alles, Bro, der hat da Haus gekriegt. Alles. Auf nebenbei. Das ist krass. Junge, da muss man aber echt schon gut sein im Fliegen. Ah, der ist halt so ein Ding. Ich weiß gar nicht, wo der vorher war. Die Hut und so Geschichten. Richtig krass. Why, oder wie? Der ist eigentlich ganz normal in die Linie geflogen auch nur. Und dann kam er irgendwie da im Gespräch mit irgendwelchen Leuten. Und die haben gesagt, ey, Bro, wir brauchen hier für Katar Airlines oder irgendwas Leute. Und Bro, er hat da ein überkrasses Jobangebot bekommen. Und fliegt jetzt da ein bisschen rum, Bro. Hat da ein Haus bekommen. Alles, Bro. Er chillt da sein Leben. Und er feiert das Übelst. Ich sag dir ehrlich, die Frage ist, wann kaufen die Streamer, Bro? Ja, das ist, glaube ich, auch so eine Sache, Jo. Ey, ich bin auch mal so. Ich wollte sowieso. Eigentlich wollte ich sogar erst nach Dubai. Aber das ist mir halt echt zu weit, ne? Ey, Bro, das ist der einzige Nachteil, wo ich auch sehe bei Dubai, Bro. Das ist echt sehr, sehr weit. Das ist das Problem so. Es ist wirklich sehr weit. Sonst so, finde ich. Junge, ich habe Galaxy-Schuhe. Jetzt ist es vorbei. Jetzt habe ich dich. Und wo hast du die denn jetzt auf einmal? Ich habe... Oh mein... Junge, ich kann ein Megastadium kaufen. Was ist das? Guck mal, wie das bei mir rüber. Guck mal kurz bei mir rüber, Bro. Jo, was ist das? Ich wurde ein Red Bull gesponsert. Jo, ich wurde übelst gesponsert gerade. Vorbei. Alter, hast du das mit Geld gekauft? Mit Geld, Bro. Mit richtig Kohle. Jetzt muss ich noch 60, 20 Tore mal, da habe ich den teuersten Sponsor. Und dann werde ich meine Villa weiterbauen. Alter, ich kann jetzt... Ich kann momentan alles nur noch mit Toren bezahlen. Irgendwie, die wollen kein Geld mehr von mir. Wie? Ja, ich weiß nicht. Hä, der muss doch schon übelst weit sein. Ja, scheint dann so, ne? Ich kann nichts mehr mit Geld kaufen. Du kannst nichts mehr mit Geld kaufen? Nein, ehrlich, oder? Ich bin blöd. Wie viel Geld hast du gerade auf Kante? Mh, 300.000. Was? Oha, ich glaube, du... Okay, ich glaube, der letzte Sponsor hat dich echt ein bisschen geboostet. Ich muss aufpassen, Leute, ich habe Angst, wenn ich jetzt nicht auf Tore gehe, dass er mich einholt. Ja, ich glaube, dass... Wie viele Sachen musst du denn noch upgraden mit Toren? Mit Toren muss ich jetzt noch zwei Sachen upgraden. Hä? Ja, ja, aber mit Dings. Also einmal 1080 und einmal 1800. Aber ich werde gleich meine Villa upgraden auch. Ach, du hast auch deine Villa geupgradet. Okay, die habe ich noch gar nicht geupgradet. Ja, ja, aber ich glaube, du hattest den Sponsor vor mir. Das war halt das Ding. Und ich glaube, der Sponsor hat dir gut Geld gegeben. Also machst du auch dein Haus fertig, oder wie? Ja, ja, beides. Wir müssen beides fertig machen. Beides Haus, Dings fertig. Ja, okay. Beim Haus musst du alles mit Geld bezahlen, glaube ich, oder? Oh, ja, ja, ja. Hä? Der Stadion sieht voll klein aus. Was laberst du? Guck mal, wie meins aussieht. Hä? Meins ist aber auch schon in Ordnung. Junge, ich habe hier bei mir Springbrunnen vorm Stadion. Oh, Alter. Guck mal bitte einmal zu mir. Junge, ich habe jetzt hier Spotlights. Guck mal hier. Ich sehe das schon, ja. Das hat der andere auch, der Riesner. Junge. Guck mal hier. Der Richeste bin ich, glaube ich, ja? Wir haben alle Renegades hin. Guck. Ach so, jetzt stehen wir auch wieder rum. Man kann gar nicht mit uns erscheinen. So, Upgrade, Jim. Okay, okay, okay. Hier, Jim. Alter, er macht echt sein Haus fertig. Das sieht schon gut aus. Ja, der hat aber hier ein kleines Fußballstadion drinne. Er hat echt Rocket und so. Ja, ja, ja. Okay, die Zeit, dass ich, glaube ich, auch mir jetzt ein Haus vor mit nachher nehmen, ne? Guck mal hier, guck mal hier, schön, Küche hier. Dicken Pool gleich noch rein hier. Ja, das werde ich mir jetzt auch gleich alles ganz schnell kaufen. Wie viel Geld hast du? Ich habe Security jetzt auch. Ich habe jetzt gar nichts mehr. Boah, dein Stadion sieht echt krass aus. Ich habe noch eine halbe Hülle. Ich gehe jetzt mal richtig schön aufrüsten. Ich habe den Hüten gespart. Ey, sag dir ehrlich, da ist es wirklich noch ein Kreisklasse-Stadion. Guck mal hier, alles so dicke Stadien hier und der Franzis und die kleine Bruchbrude da hinten. Ich bin einfach kein Fußballprofi. Ei, 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 das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus für dich. Ich glaube, ich kann mir jetzt meinen letzten Sponsor holen. Vielleicht hagelt das dann nochmal richtig schnell Geld. Dann hole ich den Sponsor aus. Hä, ich denke, du hast den schon. Nee, nee, den letzten noch nicht. Was ist das denn für Sounds? Den kann ich mir jetzt gleich holen. Was waren das denn gerade für Sounds? Wo? Ach so, den letzten. Oh, stimmt, den hattest du ja noch gar nicht. Ja, jetzt habe ich den. Oh, das ist schwierig. Jetzt habe ich den. Aber du hast halt viel Geld dafür. Ja, das stimmt. Ich habe jetzt 150.000. Oh, bei mir geht auch langsam die Post ab, glaube ich. Ja, ich glaube auch, mein Drachrad Nachbar ist, was Gottchen. Das haben wir schon Megastadion, ja. Oh, der muss rein. So, ich brauche jetzt noch 10 Tore. 10 Tore, dann ist over. Weil da habe ich endlich... Und dann braucht... Und dann das letzte Upgrade, glaube ich, was wir für Tore brauchen, ist das 1.800er. Ey, mein Stadion sieht jetzt aber auch gut aus. Sag mal ehrlich. Warte, ich guck gleich mal. Hast du auch so Starten und so vor deinem Spiel schon? Ja, ja, ja. Oh mein Gott. Guck mal hier, ich habe jetzt hier Rainbow-Schuhe. Ich habe sogar Rainbow-Schuhe. Die hat Cristiano Ronaldo einmal angeleckt. Sogar steht bei mir hier. Der hatte Cristiano Ronaldo zum Spiel an. Alter. Und danach hatte die Messi an. Ja, die muss ich mir jetzt, glaube ich, auch noch holen. Warte mal. Ja, okay. Ich habe Lambo in der Garage vorbei. Vorbei, Bro. Du hast hier wahrscheinlich Einkaufswank in der Garage. Ich habe Lambo. Ich baue mir erst mal gerade mein Haus. Alter, ihr habt sogar schon so einen Fuß. Obwohl, ich habe auch so einen Fußball. Ich mache jetzt auch mal mein Haus. Ich habe jetzt immer noch so eine halbe Million. Yo, Helikopter kostet eine Million, Bro. Alter, was? Ey, hier sind zwei Leute. Die wollen bei mir einbrechen. Kriegst du hier keine Waffen, oder wie? Trophäen hier. Boah. Boah. So, meine ganzen Bälle stelle ich jetzt. Hast du auch schon so ein paar Minis und sowas? So Blue-Life-Stuff und so Geschichten? Ich kann nicht über mein Einkommen reden. Sorry. Aber ich sage mal so. Ich habe bei mir schon dicke Trophäen drin. Hier in, oh Gott, hier World Cup Pokal habe ich auch dabei. Oh mein Gott. Ja, bei mir sieht jetzt auch langsam gut aus auf jeden Fall. Ich kaufe mir jetzt hier auch mal ein Gym. Wird mal auch allerhöchste Zeit. Oh, oh, das sieht gut aus. Couch, okay. Ja, die anderen warten jetzt auch gerade. Die sind nämlich hier auch gerade am Kohle machen. Hast du auch eine Küche? Ja, ne? Küche, alles. Junge, guck mal hier. Ich habe schon Wände, alles. Ah, Bro, bei mir geht auch... Aber langsam, langsam komme ich, glaube ich, hier. Langsam komplett hier ein Pfad. Hast du auch so einen Zwerg, der hier so auf DJ macht? Nee, hä? Okay. Wie, du hast schon einen DJ oder was? Und so was? Ja, weiter, weiter, weiter. Hast du noch nicht? Und einen Fernseher, so Flatscreen-mäßig. Flatscreen habe ich alles. Hast du alles? Hast du auch so einen Security-Room? Ich habe Bodyguards sogar schon vor der Tür. Okay, okay, okay. Ich habe jetzt aber auch mal so ein bisschen meine Homebase aufgebaut. Da ist sogar schon Musik und sowas bei mir. Komm mal vorbei. Ja, ja, warte, guck mal. Das Ding ist, wir hatten ja gesagt, also das Einzige vielleicht hast du wirklich sogar mehr Geld wie ich. Aber... Nee, ich bin nicht, weißt du. Äh, aber ich habe halt mehr Tore, das ist ganz gut eigentlich. Ja, dann kriegst du halt auch... Normalerweise, du hast ja gesagt, die Tore, da kriegst du dann halt auch eben das Geld. Ja, das summiert sich natürlich dann, ne? Das summiert sich natürlich. Da muss ich vielleicht dann nochmal ein bisschen nachrufen. Ah doch, Jukebox habe ich hier auch. Bisschen Musik hier an. Zack. Mach dir mal aus. Nervt. So, ich... Oh, mein Gott. Ah, die Party. Hast du schon die Party? Ja. Ich glaube schon. Bro, was bringt die Party? Junge. Ich gehe auch jetzt nochmal meine Bude aufrüsten. Warte mal. Junge, im Pool ist auch Party. Ja, okay, wir müssen jetzt vorbei. Übelst Party bei mir. Ich habe jetzt auch fein in dem einen Jetpack. Wurde allerhöchste Zeit. Flatscreen ist auch geil. Äh. Oh, mein Gott. Was ist das für eine krasse Villa, Junge? Du hast einfach ein Kino da drin. Bei dir? Ja, ich habe ein Kino bei mir. Ich habe auch ein Kino. Ich habe auch eine Stadt. Hast du auch so Sicherheitssystem? Ja, noch nicht ganz ausgebaut, aber... Sag mal so, ich... Ich mache es. Ich mache es langsam. Stark, 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 stark. Bei Decoration. Hier noch ein kleines Fußballlager. Okay, sehr gut. Komm nochmal bei dir jetzt hier vorbei. Guck mir mal die Geschichte bei dir nochmal. Ob das echt jetzt besser ist wie bei mir? Ich glaube nämlich nicht, weil ich so lange... Oh mein Gott, okay. Ja, ich glaube, bei mir ist das noch... Ja, bei dir ist 5 Euro Haus. Ich sage dir ehrlich, bei dir ist 1 Dollar Haus, bei mir ist 500 Millionen Dollar Haus. Ja, ich glaube auch. Ah, er hat schon Autos. Hä? Natürlich, Lambos, alles. Junge. Als ob du noch keine Autos hast. Nee, habe ich noch nicht. Aber ey, ich habe ihn schnell aufgebaut jetzt hier, oder nicht? Das ging relativ viel. Ja, ist okay, ist okay, aber... Guck mal hier. Ich habe jetzt hier... Oh Gott. Jetzt habe ich hier meine ganzen Schuhe drin. Ja, ich sehe schon die ganzen Dinger da mit Glas drumherum, ja. Boah. Hier, Kicker habe ich auch. Junge, 1350. Muss, kostet ja eine Schuhe hier. Was ist das denn für ein seltener Schuh, Junge? Äh, Toro oder wie? Ja, das ist irgendein Schuh hier, den man in die Dings reinstellen kann. Junge. Bedroom. Mit Safe, ich habe Safe drin, alles. Alter. Ey, das haben wir aber echt geil gemacht, muss ich sagen. Hier mit den Beatles. Junge, ich habe ja auch Pili bei mir im Bett. Lol. Nein, mein, aber bei Roblox fand ich das auch richtig nice. Das war richtig gut. Mir hat das voll Spaß gemacht, wo ich da Roblox gespielt hatte. Zeig mir. Machst du doch Roblox? Nee, habe ich jetzt schon. Ich habe es nur einmal gemacht, so. Aber ich habe nur so mal so reingesneakt, weiß. Aber ich fand das echt gut. Am Anfang habe ich so gedacht, so Roblox weiß ich nicht. Roblox, voll geil. Irgendwie schon, ne? Ich weiß, aber ich habe es jetzt schon länger nicht gespielt. Auch hier. Ja, aktuell ist es ein bisschen tot. Aktuell gibt es echt wenig geile Simulatoren, muss ich sagen. Ja. Ich habe ja schon alles gespielt, aber sonst ist Roblox eigentlich echt geil. Hast du das auch gespielt mit den Bildern, die einem dann so hinterherlaufen? Nee, nee, nee. Ich spiele meistens nur Simulatoren oder Dings. Ah, okay. So, wie weit hast du dein Stadion schon? Ich glaube, ich brauche nur noch eine Trophäe kaufen. Ja, eine Trophäe brauche ich auch noch. Und den Rest brauche ich halt Haus. Machst du auch noch so zwischendrin ein paar Tore oder lässt du das jetzt komplett? Ja, da kann ich leider keine Auskunft zugeben. Da müsstest du dich... Das stimmt schon, ne, Jojo. Da müsstest du dich vielleicht an mein Management wenden. Ja. Ich glaube, dein Management hat gesagt, du machst noch ein paar Tore freiwillig. Ich sage mal so, ich habe auch ein paar Leute, die halt für mich Tore machen, weißt du. Ja, das stimmt auch wiederum, ne? Kommt der Ball einmal ins Rollen und dann passt das eigentlich schon. Boah, das kriegt halt echt viel Kohle, ne? Also 1300 jetzt mittlerweile schon fast. Boah, Alter. Der Notruf Hamburg habe ich auch noch nie gespielt in Proglox. Hast du schon mal, ähm... Warte mal, wie hieß das nochmal? Car for Sale Simulator gespielt? Ja, ist auch geil, ist auch geil. Safe. Ich muss mal wieder weiterspielen. Das macht wirklich Bock. So, ich gehe jetzt einmal ein bisschen Sport machen. Boah, jetzt hält der alles bei mir. Ja? Er hält alles bei mir jetzt. Oh mein Gott. Er ist Profi geworden. Boah, Digga. Ja, jetzt ist ich vorbei. Das ist irgendwie oben schmackhaftes. Jetzt ist ich vorbei. Ich mache nochmal ein schönes neues Kamerasystem. Zack, zack. Jetzt habe ich wieder 3000 zum Spenden. Und die werden jetzt schön hier rum, hier, da ausgegeben. Hier, Bedroom wird fertig gebaut. Habe ich auch gerade fertig. Wie teuer ist denn das Bedroom, nur diese Fußballschuhe? Wie teuer? Oh, ey, ich habe goldene Waschbecken. Lol. Ey, du hast ja auch einen Pili schon drin, ne? Was sagst du? Du hattest ja schon einen Pili drinnen, ne? Ja. Alter. Krass. Ich habe den jetzt erst drin. Den kannst du bestimmt auch gleich frechleiten. Warte mal, das hier. Draußen habe ich auch noch... Aha, okay, okay, okay. Boah, mir sieht es echt gut mittlerweile aus, dass hier so eine... Ah, schon nice. Upgrade. Ah, Bro, klar. Oh mein Gott, Digga. Wie hast du denn mit... Ach so. Ach so. Ich habe ja vollkommen vergessen, dass man hier auch noch eine Garage bauen kann. Jetzt habe ich natürlich dann auch hier so einen Kompus. Ich habe jetzt unten mein... Oh, was? Ey, hier unten sind aber so viele Räume. Junge, das ist crazy. Hast du schon einen Keller oder wie? Nee, da sind so extra Räume. Ich sehe hier auch gar nicht durch. Die Villa ist voll verwinkelt. Junge, also die haben die echt ein bisschen groß gemacht. Upgrade Cinema. Das Badezimmer muss geupgradet werden. Boah, also da müssen wir auf jeden Fall gucken. Ich habe jetzt Pili auch im Badezimmer. Agentenpili. Hast du schon einen Helikopter? Nee, 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 nee. Das ist zu teuer. Teuer, ne? Junge, mir das habe ich jetzt auch. Ich gehe jetzt baden und kann auf Pili und Midas gucken. Das ist... Jetzt hoch, 1350. Der letzte Schuh habe ich auch. Ich weiß, ist das jetzt schon die... Die Frage ist, ich sage dir ehrlich, ich glaube, ich bin gleich durch. Nein. Du musst doch bestimmt noch hier... 1800 Tore brauchst du doch für die Trophäe. Stimmt, ja, 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 stimmt, 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 stimmt. Aber ich glaube... Ich bin... Ja, ich bin gleich durch, glaube ich. Was hier noch? Das Haus ist halt echt so verwinkelt. Jo, übertrieben. Ein bisschen klein auch, so irgendwie, ne? Trotz allem. Ja, die haben es voll klein geworden, aber auch irgendwie nice. Aber ich glaube, weil die Fortnite-Charaktere so fett sind. Jo, da sagst du was. Ja, hier, nee. Okay, hier haben wir alles. 1400. Ich sage dir ehrlich, bei mir... Oh mein Gott. Warte mal. Das hier noch? Oh mein Gott. Ich sage dir ehrlich... Ja, das war's. Das war's. Ich habe mein Haus fertig gebaut. Nein, ehrlich jetzt? Ich bin durch mit dem Haus. Oh mein... Ja, okay. Bro. Also das Einzige, was halt... Nee, ah, doch nicht, doch nicht, doch nicht, doch nicht, doch nicht. Helikopter brauchst du noch. Oh, nee, ja stimmt. Helikopter brauch ich ja auch noch. Oh mein Gott. Okay, vergiss es, vergiss es. Upgrade Cinema brauch ich auch noch. Also es sind halt in jeder Ecke irgendwie noch so Dinger versteckt. Ja, die spawnen auch auf einmal so neue Dinger. Naja, ja. Ey, alleine das Kino zu upgraden. Beim Pool fehlt auch noch was. Oh Gott, das will ich, ey. Nee, die Party, die muss man immer wieder neu starten. Das bringt nichts. Die Party muss man immer wieder neu starten. Zweimal habe ich, glaube ich, für Party Geld ausgegeben. Oh, Fehler, 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 Fehler. Ganz, ganz, ganz blöder Fehler. Egal, ich glaube, das Stadion, äh, das schaffe ich vielleicht. Ey, du schießt gerade Tore, ne? Ich? Nein. Ja, 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 du schießt gerade fleißig Tore. Wer hat mich denn jetzt hier verpfiffen? Ja, ich sehe das doch, ich sehe das doch. Auf einmal hier Tore sind hier gut am steigen. Nein, ich habe mir noch einen Spieler geholt. Ach, noch einen Spieler? Ja, ich habe noch einen vergessen gehabt. Wo kam der denn her, hä? Ich weiß es nicht. Also, ich habe auf einer Seite nur drei Stück gehabt und jetzt habe ich hier vier. Nein. Doch, ehrlich jetzt. Den hast du jetzt erst geholt. Ja, ich bin echt blöd gewesen. Ja, vorbei, vorbei. Ich mache jetzt hier. Jetzt habe ich ja vier Stück, ne? Ja, aber zu spät. Zu spät, sagst du. Zu spät. Guck mal, hier oben Tor. Ach, du machst jetzt auch Tore gerade, oder wie? Vielleicht. Also, ich werde mich auf jeden Fall nicht mit Toren einholen lassen von hier. Weil das Ding ist, ich glaube, die Tore entscheiden es nachher. Ja, ich glaube, ich weiß nicht. Denkst du? Ich habe gleich... Ja, ja, die Tore entscheiden es, Bro. Also, ich sage dir ehrlich. Die Tore entscheiden es safe. Ich habe alles ausgebaut. Oh, hast du schon das Rainbow Car? Stimmt, Bro, stimmt. Hattest du das noch nicht? Nee, nee, hast du schon alles fertig, oder was? Äh, ja, also ich habe jetzt... Nur das dritte Auto fehlt mir nur noch. Ich habe schon einen Lambo und einen Rainbow Car. Oh mein Gott, Bro. Das Ding ist... Ich glaube, du hast sogar mehr Geld hier. Kann das sein? Äh, weiß ich nicht. Eigentlich nicht, weil du machst ja immer mehr Geld, weißt du. Also, jetzt gerade habe ich viel. Wie viel Geld hast du gerade? Äh, 680.000. Hast du schon den Helikopter? Nee, noch nicht. Okay, oh, ich weiß nicht, Leute, ob er mehr Geld hat. Das ist halt das Ding. Oh Gott. Nee, ich kann nicht. Du machst ja immer mehr so, weil du mehr Tore hast, weißt du. Ja, aber ich weiß nicht, ob du nachher irgendeine Meta hast oder so. Aber hast du drinnen alles ausgebaut? Alles? Äh, nee, auch noch nicht. Ah, okay, ich dachte, du hast drinnen schon alles ausgebaut. Ich glaube, das ist die Sache. Ja, ja, nee, noch nicht. Aber ich rüste jetzt gerade so ein bisschen meine Wohnung auf, okay. Ich habe ja eigentlich Geld noch gut rein. Das mache ich eben dann kurz fertig hier. Ich glaube, ich brauche auch nur noch Wohnung fertig machen und dann Helikopter. Und dann habe ich mit Geld alles gekauft, was ich brauche. Ja, Wohnung hatte ich jetzt auch fertig. Also schon fertig. Mir fehlt halt jetzt noch das Auto und der Helikopter. Aber der Helikopter ist meist immer das Letzte bei so einem Trackwind. Ja. Und dann brauchen wir mal Tore. Boah, ich werde jetzt, glaube ich, nur auf Tore gehen. Ich werde nur auf Tore gehen. Tore sind halt echt wichtig, ne? Und das Ding ist, solange ich auch auf Tore gehe, hast du keine Chance, mich einzuholen. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich finde das immer so ein bisschen schade bei den Tycoons, dass da nicht irgendwie noch so zum Schluss oder so so ein Game Changer geben kann, den man bauen kann oder so, weißt du? Das finde ich immer schon ein bisschen schade. Das wäre wichtig, ja. Weil meistens entscheiden sich oft die Tycoons auch einfach direkt am Anfang. Deswegen immer am Anfang direkt. Geld machen. Damit das ganze Geld reinkommt. Und dann läuft der Rest von automatisch. Dann kommt der Rest von automatisch. Ja, das war's für dich. Das war's für dich. Nee, nee, du hast auch 100.000 Vorsprung. Du machst mehr Geld. Das war's. Wie teuer ist nochmal diese Trophäe, die man sich dazu dazu muss? 1.800. Ach, du heilige Makrele. 1.800 und dann theoretisch, das ist die letzte Trophäe, die man braucht für Torschüsse. Und ich glaube, dann solltest du eigentlich auch, wenn du 1.800 hast, hast du wahrscheinlich auch das Geld für den Heli. Weil ich hab jetzt 600.000 gleich. Was ist das letzte Auto? Hast du schon geholt? Nee, nee, das letzte Auto hab ich noch. Doch, doch, hab ich schon. Was war das für eins? Weiß ich gar nicht mehr. Warte, 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 warte. Ein Ferrari. Ui. Ferrari, Ferrari. Aber das Rainbow Car sieht schon stark aus. Das Rainbow Car ist eigentlich das geilste. Safe. Warum kam das dann eigentlich nicht zum Schluss? Komisch. Schluss. Ich bin heftiger. Ey, jetzt hält er alles hier. Komm. Ich stelle jetzt die ganze Zeit ins Rote. Ja, dann machst du auch mal einer Tore, ne? Bro, 3, Bro. Ja, Dennis und Reason machen auch Tore. Ja, ja. Ich will nicht wissen, wie viel Reason gerade hat an Cash. Der macht ja so viel jede Sekunde mehr. Hat der überhaupt schon Warte. Ich krieg's eh nicht mehr. Interessiert mich jetzt, ob der schon überhaupt irgendwas ausgebaut hat. Lol, er hat auch schon alles ausgebaut. Das Ding ist halt eigentlich die Meta bei dem Tycoon war ja gewesen. Du startest den, baust dir deine Spieler und dann schießt du einfach die ganze Zeit Tore. Und wenn du genug Geld hast, baust du da einfach so 3, 5 Millionen. Ich glaube auch, ich glaube auch, ja. Dass du dann halt immer, du hättest immer mit am meisten Tore haben müssen. Das wäre das Schlauste gewesen. Direkt am Anfang durchziehen und dann nur noch ausbauen. Heilige Makrele, Bro. Ja, aber das Haus geht ja mal komplett noch in eine zweite Etage rein. Wusste ich gar nicht. Oh, da bist du erst. Ja, ja. Ich bin noch nicht weit mit dem Haus. Da bin ich noch nicht weit. Der Stadion, wann geht das dann für dich denn ins Ausland? Nach Madeira. Wann? Ja, mal gucken, mal gucken. Weißt du noch nicht. Ich denke mal, dieses Jahr. Ich muss mal Urlaub da machen. Ja, Mann, einmal erst mal abchecken und so. Alles abchecken. Komme ich dich besuchen? Safe. Einmal Gym Session oder wie? Safe. Damals an die Prime, let's go. Dann zieh ich dich ab. Ja, glaube ich. Du machst du nicht, du bist bestimmt am Start. Ey. Safe, safe. Weil, wo ich wieder angefangen habe nach Corona, bei mir war die Kraft direkt fast wieder so da. Ehrlich, dass... Ja, ja, safe. Das geht auch schnell. Ich triminiere auch regelmäßig. Ich bin einfach nur Fett. Ja, bist du im Master so. Wenn du im Master so... Wenn du im Defi ballerst, dann ist es vorbei. Ja, ich weiß, dass ich den Auto kann. Boah, der macht immer noch Tore. Du machst aber auch noch Tore, ne? Ne, ich hab grad mein Haus ein bisschen aufgebessert. Weil, da hat echt viel gefehlt. Kauf erst Heli. Ja, warum zuerst Heli kaufen? Warte, ich schaff das eh nicht mehr. Ich geh mal bei Reason einmal gucken. Weil der hat, glaube ich, schon jetzt... Die letzte Trophäe. Hier mal mal gucken bei dem. Ach, ich hätte am Anfang einfach mal ein paar Tore machen sollen. Ne, du hast diesen... Du hast diesen einen Spieler vergessen zu kaufen. Nein, nein, war nur Spaß. Das war ein Trick. Nein, Heli kostet eine Million, oder? Ja, ja, eine Million, glaube ich, ja. Hat der schon alles hier? Yo, der hat schon alles, Bro. Er hat schon alles. Heli auch? Hat der... Hast du schon Heli? Zeig mal, hast du Heli? Ich glaube, Heli hat der noch nicht. Ja, der steht auch die ganze Zeit vorm Tor. Macht nur die ganze Zeit Tore, Bro. Ich glaube, der hat schon Heli. Der kauft jetzt, bestimmt. Ja, der hat jetzt auch Heli. Ja, ja, der hat Heli. Und Auto. Der hat auch Autos, er hat alles. Ich habe jetzt auch die Trophäe. Ein Auto fehlt dem noch. Ein Auto fehlt dem noch? Oha. Ferrari muss er sich noch holen. Heli kostet... Ja, Heli habe ich jetzt auch. Boah. Oh mein Gott, ich könnte sogar Erster werden, glaube ich. 700 waren die Frage jetzt, wie viel Geld er hat, Leute. Ich könnte sogar Erster werden. Tycoon-Meister, ne? Weil das Ding ist, ich habe jetzt 400.000. Die Frage ist, wie viel Geld er hat gerade, weißt du? Ja, aber der hat auf jeden Fall... Okay, ich habe aber auch viel Geld deswegen, weil ich ihn ausgebaut habe. Ich glaube, der hat gerade eine Mille ausgegeben, ne? Ja, ich habe gerade auch den Heli geholt. Mir fehlen jetzt noch 220.000 oder noch gleich. Boah, wird glaube ich knapp. Aber der macht mehr Geld pro Sekunde. Ja, ja, aber ich glaube, ich hatte vorher die Sponsoren gehabt, bin ich der Meinung. Hmm. Hat der gerade den geholt? Ich höre die gerade zum Motorsound. Ne, noch nicht, oder? Doch, hat der, weil... Ja, ja, oder? Ne, doch, hat der schon geholt. Der hat jetzt alles. Den letzten, oder was? Ja, ja, der hat alles. Der hat alles, Bro. Kannst du ja auch jetzt hier den letzten Trophäe holen. Ja, die habe ich schon, die habe ich schon. Ach, hast du jetzt alles? Ne, mir fehlen das Auto, das ist 120.000. Warte, Dennis will mal auch... Oh, der hat auch alles. Die haben beide alles, Digga. Ab 1.900 hast du alles. Krach, Bro. Ey, die haben uns aber, die beiden haben uns outperformt, ne? Ja, die haben die ganze Zeit Tore geschossen. Wir haben ja Content gemacht. Die haben Tore geschossen. Bestimmt auch wiederum. Ja, Jungs, lass mal rübergehen zu Stand. Ich komme abflug. Aber auch for real Abflug hier mit Helikopter. Kommt mal alle rein hier. So, jetzt ist es vorbei. Jetzt kaufe ich noch das letzte Auto. Vielleicht auch alles. Ja, schade. Krank, Bro. GG. Heftig, Junge. Boah. Boah. Aber das Rainbow ist am geilsten. Das ist dein Auto hier. Das Rainbow feiere ich auch am meisten. Das ist dein Auto hier. Ja, das ist der L-Einkaufswagen. Oh, der kommt richtig böse. Damit fährst du dann bald auf Madeira rum. Ja, ich glaube auch. Ey, die werden jetzt auch mit der neuen Season wieder reinkommen, die Einkaufswagen. Alles so wirklich komplett. Lootpool komplett aus Season. Ja, eins bis zehn. Das Einzige, was wir jetzt noch kaufen könnten, Party. Aber das bringt auch nichts. Ich glaube, da hast du einen. Ah, die bringe ich glaube ich nur XP-Reroader. Das ist halt auch so rausgehauendes Geld gewesen. Ja, eigentlich schon, Bro. Ich habe zu viel da ausgegeben. Ohne Spaß. Zu viel. Ich glaube bestimmt, ich habe drei, vier Mal Party gemacht. So blöd. Egal. Man, 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 easy. Man, man, easy.